wir können jetzt auch im automat stufen einstellen wie blockieren und zulässige bitte anpassen da seid ihr hallo alte opa das war's nicht wie kann man dann sprechen keine ahnung oh mein gott ich hab jetzt 17.969 gold geile left alt das linke alt x hörst du mich in gehen hören sie mich hallo ja also hörst mich jetzt in game ja hörst du uns hörst du uns ich hab nichts gehört einstellungen crew ausgabe laut sprecher hallo funktioniert irgendwie nicht hallo ich höre auch dass er was sagt aber wenn ich was er sagt ich höre gar nichts ich auch nicht soll ich wieder ein paar schatzmissionen annehmen schatzkisten und so ne spiel anziehen ja folge ich schon seit not falling miese zeiten was haben wir denn schönes das duell mit der armsehenden crew der silent rose wollen wir das alles annehmen ja ne gut gemacht fahrer inventar voll ist klar hü können noch mal sind wir können noch mal wieder eine prachtmission annehmen häh was erspricht häh was hab ich auch nicht verstanden mit in 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 das mache ich jetzt einfach mal links schiff des mittel blöd hast du mir hallo 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 ich höre dass er irgendwas sagt aber es kommt bei mir nicht an aber ich habe es an also haben wir einen chat für einen tab? ne haben wir nicht muss man in die einstellungen reingucken tastatur maus da gehen abbrechen zweitbelegung piraten chat g steuerer der emotion push to talk left alt ich habe jetzt ähm gemacht push to talk hast du push to talk an? oh ja dann weißt du bescheid ja auch der einstellungen ja haha ich bin dabei natürlich habe ich es aus hallo können sie mich hören? hallo hallo hörst du mich? hallo nein ich höre dich aber auch nicht egal komm wir fahren erstmal los kommt ihr echt schlimm? huch äh wo äh da kauf es ist sollst du blaser raus Äh, Südwest. Jo. Soll ich... Wo ist denn hier die Navigationstischkarte? Willst du wieder an Steuer, dann gehe ich dich. Andere hören mich normalerweise. Ja, ich weiß es auch nicht. Also, hm. Uns hörst du ja auch nicht. Ich weiß nicht, woran das jetzt liegt. Ist ja auch bumme, denn lässt ein Shad auf... Die Sprache verblinden Leute mit so Punkten, mit denen sie mit ihren Fingern drüber fahren. Ja. Was hat das jetzt mit ihm zu tun? Keks? Ja. Doch, auf Disco-Ton. Ja, mir ist egal. Hast du Disco-Ton? Komm hier aus. Ohne Abschweiß ist nämlich ein bisschen doof. Ja. Nö? Ja. Ich lade an. Krieg ich eine Einmalanladung? Ja, klar. Soll ich mal jetzt damit doofsies machen? Dabei? Was und so? Was und so? Was geht's aus? Gaming. Ablau. Ablau. Ähm. Wie mache ich das noch mal? Kann ich weiterstellen. Wie, was machst du denn da gerade? Sea of Thieves. Achso, hättest Stream und Aufnahme gemacht und dann Livestream. Hm, geht auch. Was ist denn das jetzt hin? Hallo? Da. Ja, bin ich hier muss in Prozession, danke. Ja. 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 Was hast du gemacht? Nix. Nein, nein. So. hallo ja moin oh gott was soll ich nicht so laut weiß nicht also von mir ist in ordnung ja alles so keks ich navigier du fährst wohin ja süd was hat mir jetzt gerade gesagt südwest mehrmals heidwey südwest anker lichten antreten und ablegen alle ewig zu hause ich möchte ich wohnen das haben wir schöner da wo wir vorher waren ja man sollte merken wir sind ein bisschen ruhig nach so achteinhalb stunden zwei stunden hause vergisst das nicht zwei stunden essenspause bei mir gestern nacht haben auch bis um drei gezogen okay jetzt können wir los ja wir haben relativ lange gemacht nur das jetzt zwei segel haben so kann unsere plan jetzt kann uns keiner was sicher hey da haben wir unseren dritten mann keksi wo ist trommel raus keksi das sind die bremer stadtmusikanten wart ihr schon mal bei dem fettenschiff da hinten neee ja hinter uns die wolke da soweit ich weiß nicht wenn du da hinfährst kommen glaube ich mehrere wellen von skelettschiffen um findet ihr alle besiegst dann bekommst du parkisten alex moment kurz pizzi hör auf mich zu verarschen was machst du ich muss gewissen pegel an bevor ich das entscheiden kann hey und wird erstes kotzt der entscheidend aber mal fahren wir auf ja ich werde auch gerade so gedacht ne passt ja mein wegen kommen machen das machen wir haben jetzt eh nichts zu vernehmen wo lang da hab ich hier mal noch hinten das ist jetzt ein bisschen ja gott ich will zum karten richtung norden steuerst du ja oder uns ist ein fertiges schiff ich will nix ne ich auch nicht kacke ok aber das kotzt gekotzt haben wir nicht norden gesagt ähm toll zu fahren ist Mahlzeit guck mal ich hab euch was geschenkt ja kinder das passiert wenn man unerlaubt alkohol trinkt aber auch nur wenn man es unerlaubt tut ich muss aber jetzt ganz ehrlich sagen ich habe schon sehr viel alkohol getrunken an einem tag und habe noch nie so abgekotzt ich habe noch nie gekotzt ja hier sind aber noch immer alle besoffen sind wir nicht norden? ja äh wir müssen links oh das war sehr schön stellenklar jetzt muss ich mich erstmal wieder an die steuerung von diesem schiff hier gewöhnen ach ja ein bisschen schwerfälliger ja du musst vorm einfragen bisschen drüber achten deutlich mehr links auf jeden fall krieg sie einfach immer in Richtung Norden ja nur Norden müssten wir nicht gewesen sein okay okay ich kriege es gerade I'm doing my best so soo ich geh mal wo es kriegen lässt ich bezweifle dass wir das hinbekommen was? bezweifle dass wir das hinbekommen ich irgendwie auch aber ich auch aber scheiße drauf wie nukes das sind glaube ich 5 Schiffe die wir besiegen müssen geil wir hätten 3 Masten nehmen sollen au dann können wir überhaupt lieber klarkommen hast du dir die Gale Flagge ausgerüstet? nein wir machen euch alle fertig mit der Macht der Banane mit Keks an der Banane ja wo ist denn hier die Probierantkiste? da hinten oder? naja wir sind 2 Leute die 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 Kanonen bedienen können ne? das reicht ja vielleicht einer wo unten flicken kann oder manövrieren kann oder so hey Keks wir fahren da direkt auf jeden Fall auf der Insel zu das Schiff dann flicken wir es auch nötig na das Schiff sinkt ja auch nicht so schnell wir haben keine Bananen mehr scheiße dann müssen wir wo wir hier anbauen ich baue mal ein Gewächshaus das ist nicht arg schade sehr schade Chris and Ile ähm tschüss ich habe ihn nicht abgeschossen hier sind Kisten da auf dem Stein ey lol ähm wo ist der Anker da? oh ähm Keks jetzt kommt deine Chance äh ist das jetzt geankert oder was? ja wer da hat ihr? wir müssen dich wirklich wegschießen geh rein ich verspreche dir dich nicht wegzuschießen nein gute Nacht oh ach okay ich ich hier ehrlich ich ja ich 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 es Der hat ja eine Lampe, die auch Licht bringt. Wenn ich mehr einer deine gescheite Lampe hat. Ein Blaulicht. Die brauchen wir ja um diese komischen Skelette zu besiegen. Ja? Hallo? Wo kommen die denn jetzt? Die haben auch lila Augen oder was die haben. Tickst einen Glanz, kleinen Ticken links. Hm? kurz um 10 grad südlich anfassen keine ahnung ob süden ist hast du vielleicht ein sechstank dabei sechstank sechstank glaubt nicht oder ich hab keine sechstank als kind habe ich mal hilfe ich wollte einfach bis die märz kommt bei ihm kommt sie wieder ich befürchte es auch man über bord wo bist du kommen wir halten an ich bin noch hier ich halte mal hier passt schon fahrt kommt sie wieder nicht hallo doch da ist sie hat weiter wo warst du blöd ist auch vorhin gott hier bin ich nur durch die ganze welt mehr gesegelt gerudert bin ich mir gerudert wie obelix da hinten ist was ja ob es was gut ist ist eine andere frage ich sehe ein schiff ich sehe hier irgendwie probierend tatsächlich hier ist probierend rechts wenn die was wichtiges beinhalten ja weiß ich eben nicht zu spät zentral vorbei kiel holen vor kiel holen links denkst an zu lenken ja links hier hat sich wieder keiner verantwortlich gefühlt ich ging überbracht ich musste mich mental darauf stärken wie war danach aber ein bisschen durch die gegend zu ballern hat jeder sich vollgepackt mit kanonen mummeln ähm ja ja hui ich bin eine biene dann leuchtet der so dann sollst du dich rauf beamen dann sollst du dich beamen ja ab ich fick euch alle scheißskelette ich glaub der fährt schon dein skelettschiff rum sieht so aus ne direkt vor uns das so werden wir sie besiegen mit der macht der musik vielleicht glaub auch dass da eins rumfährt aber wer steuert eigentlich vielleicht heisst das nd mit dem kommt ist er ist ein Siri, Google berühmte Piratenin. Google berühmte weibliche Piraten. Du bist Anne Bonny. Anne Bonny? Eine Irlanderin. Jetzt habe ich, ich weiß schon, ich kenne sie. Jetzt habe ich wieder Uncharted 4 Flashbacks. Ah, muss ich auch noch mal unbedingt spielen. Ich habe bei Uncharted 3 aufgehört zu spielen. Wo sind sie? Ich glaube, die sind wieder untergetaucht oder so. Du Schweine. Ihr Otto, wo's? Können wir sich irgendwie ums... Lassen Sie. Ich steuere, ihr schießt. Ach da. Ja, ist ein Sklirrschiff. Geil. Und die Shores auf Plenty. Die Schlatt um Shores auf Plenty. Wow. Ich brauche aber dann auch eine Einweisung, ne? Wohin? Alles klar, ich sehe schon. Drei Master, oder? Äh, ja. An die Kanonen, an die Kanonen. Äh. Kacke Wellen. Wir schaffen das. Wir werden nur alle drauf gehen, aber das ist ja Sinn und Zweck der Übung. Achtung, wir können ihnen eine Breitseite geben. Ey ja, Ottos. Guck mal, das ist. Guck mal. Verdammt. Treffer, Treffer. Yay. Vorsicht. Wir haben gar nicht genug Kanonenkugeln für das. Das glaube ich auch. Los, volle Breitseite. Wir schaffen das. Drehen, 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 drehen. Bin doch dabei. Das ist noch mal ein bisschen schminkig hier. Ich hole mir noch kurz paar Kugeln. Mhm. Läuft doch gut. Wir haben einen eingesteckt. Und ordentlich paar ausgedrückt. Was? Was? Die machen jetzt einen auf Davy Jones. Geil. Ey, Leute. Ich glaube, wir haben einfach deren Schiff kaputt gemacht. Yo. Habt ihr auch drei, viermal ordentlich reingesammelt. Sind ein gutes Team. Das funktioniert. Oh, wir haben noch.